Krieg nimmt, doch es hinterlässt Legenden, es hinterlässt Helden, und Helden sterben nie. Okay, äh, Mission Briefing von Sarkrit. Oder Sacred, oder keine Ahnung. Äh, 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 Episode 1, Kapitel 4. Das Forschungsteam der Infinity fordert ein Spatenfeuerteam zur Erkundung verdächtiger Bauten an. Extreme Vorsicht ist geboten. Ziele, die Anlage erkunden. Dung, dung, dung. Ja doch, da wurde sich echt viel Mühe in diesen Texten gegeben. Ich bin, ich bin, äh, krass überwältigt. Solltest du auch besser mal sein, ja? United Nations Space Command. Was? Space, Space Command. United Nations Space Command. Spass Command. Spass Command. Spass Command. Spass Command. Crimson, Sie haben Majestic gezeigt, wie der Hase läuft. Der Marco wird ganz schön stinkig sein. Ich brauche ein verlässliches Feuerteam. Und solange Sie es nicht verhauen, sind Sie das. Die Wissenschaftler zeigen Interesse an einem Bauwerk mitten im Dschungel. Ich würde Sie gern vorausschicken, bevor die Eierköpfe einfach alles anfassen, was glitzert. Na gut. Oh. Oh. Oh, gruselig. Wir müssen langsam gehen, weil es so gruselig ist und wir nicht wissen, was uns erwartet. Sie scheinen ganz allein zu sein. Genau, ducken. Commander, Energieschwankung, vorrücken. Er ist vor kurzem jemand gewesen. Hurra! Von Deckung zu Deckung. Du müsstest so schlau machen. Einer muss immer stehen bleiben und dann... Okay, ich stehe ungesichert. Vorrücken. Vorrücken. Ich baue eine Sniper-Position auf. Sehr schön. Ich sichere die Mitte unten. Ich gehe rechts lang. Wie scheiße, dass hier doch alles ist. Aber hey, Entertainment! Entertainment. Ich habe sie im Auge quert. Nee, sie sind weg. I lost Zeit. Sie sind weg. Fahre! Warte, sie. Hier waren verdächtige Zeichen. Oh, okay. Orange gespielt. Ob sie nicht alle tot sind? Ich bräuchte Backup. Ähm, Spaten Ischmar an Commander Palmer. Bitte kommen. Ich wiederhole. Wir wissen wohl, den Funkkontakt verloren haben. Spaten Ischmar. Spaten Miller, hören Sie mich. Wir haben Funkkontakt verloren, Spartans. Infiltrieren. Gebe ihm Feuerdeckung. Was passiert hier? Was tun Sie? Spaten Psycho, Sie sind nicht zielführend. Oh, ich sehe etwas glitzern. Feindkontakt, alle waren zurück. Feindkontakt. Feuer erwidern. Formieren. Genau, formieren Sie mich mal, Spartans Psycho. Soll denn das? Ich bin immer informiert. Oh mein. Ah, die Teile gehen noch nicht. Schott. Es bringt halt auch nichts. Yay. Crimson hat die Quelle der Energieschwankungen erreicht. Eine Sternenkarte. Versuchen Sie auf die Daten zuzugreifen. Es funktioniert nicht. Ach so. Keine Animation. Eine fancy Sternenkarte. Verbindung hergestellt. Empfange Daten. Ähm. Oh, hi. Oh, shit. LOL. Well, shit. Wir sind am Sack. Yay. Hast du diese cool Animation gesehen? Ah, die Assassinations sind schon ziemlich cool. Abzugspunkt. Wegpunkt gesetzt, Commander. Mir fällt gerade ein, dass ich durch den Kino-Modus... Ach nee, es gibt ja gar keinen Kino-Modus in Spartanops, mit dem ich coole Thumbnails hätte machen können. Yay. Oh, Mann. Hier sind auf jeden Fall Scatter-Shots auf der linken Seite, wenn man den Gang runter geht. Oh, da bin ich gerade wieder weggegangen. Och, Mann, da habe ich mich gerade zugesprochen. Ein Knight! Oh mein Gott, ein Knight. Prioritätsziel. Ach, ja. Yes. Graf. Schwächt. Echte Flanke. Ähm, überall. Chill your base. Unten, Mitte. Sichtkontakt. Oh, Mann. Ziel eliminiert. Die A ist jetzt gleich leer. Wo hast du die, das Light Rifle her, Silo, äh, Silo, sag ich's. In meinem Loadout. Silo. In deinem Loadout. Was ist das? Das ist scheiße. Gut, dann such ich sie mir mal. Zweites Prioritätsziel eliminiert. Ich habe das Ziel im Auge. Hier ist das Lichtgewehr. Oh. 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 Entdeckt. Auf meiner Position. Oh shit. Oh fuck. Oh. 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 So, wo sind die? Hier, ne? Schön, dass ihr euch... Ja, klar. Natürlich. Wer der fragt, kriegt nichts ab. Gut gemacht. Team. Ja? Er hat eine Incennation Cannon. Hätte ich ein Lichtgewehr, könnte ich euch helfen, aber... Oh, Granate. Ich glaube, du hilfst das erst mal. Arbeiten Sie mit Ihrer Sekundärwaffe. Scattershot aus der Ferne? Okay. Arbeiten Sie mit Ihrer Sekundärwaffe. Wow. Oh shit. Ah, er portet sich. Wo portet er sich hin? Da hat er sich hingeportet. Oh shit. 3-1. Oh Gott. Alter, scheiße. Hier sind auch lauter Krabbel an. Sorry. Ich geh schon mal zum Knopf. Fuck. Ich geh schon mal zum Knopf. Ich wünsche fröhliches Rücken. Oh. Oh, hinter mir. Arvid, hinter dir. Kann man bitte mit mir jemand zum Knopf vorrücken? Ich glaube, das ist besser bewacht, als ich erwartet habe. Oh. Ähm. Ja. Ich bin bei dir. Er hat einen Scattershot. Pass auf. Okay. Okay. Hier, die Leute. Puh. Okay. Ja. Ich glaube, er wurde gedrückt. Unten Gegner. Weit Kontakt. Unten sind ziemlich viele Gegner. Der Weg ist frei. Magen Sie Crimson. Der Ort ist noch nicht sicher für die Forscher. Erledigen Sie alle Feinde, damit ihr Eiergift nichts passiert. Hm. Da unten ist ein Prioritätsziel. Er hat eine Insta. Okay, ist dann tot. Alle töten. Alle. Ich habe hier echt verdammt viel von uns erwartet. Er hat einen Skattershot. Er hat einen Skattershot. Nein. Er fortet sich weg. ein Miststück. Direkt in meinen Namen. Er wollte gerade ein Watcher auskacken. Gut, dass wir ihn aufgehalten haben. Noch ein Night. Er wollte ihn gebieren. Ein Battlewagon, um genau zu sein. Ah, der Watcher belebte wieder. Alle Watcher beleben alles wieder. Block mich nicht. Oh, Mann. Da kommen welche aus dem Tor. Oh, Nights. Mehrere. Mit Watchern. Ich habe eine Granate. Gebrauchst du. Oh Gott, hier. Auf den Gefiederten. Da ist ein Crawler mit. Auf den Gefiederten. Der hat ja irgendwelche. Das Alpha-Männchen, das Alpha-Männchen. Oh nein, ich habe keine Munition mehr. Ah, oh Gott. Ich habe ihn noch von hinten geschlagen. Was ist noch einer? Was ist das? Es bewegt sich. Es läuft gegen Wände. Was war denn das für crazy Sounds? Was ist denn hier? Gehen wir weg? Huah. Was ist denn los hier? Alle Kindersicherungen drin? Gute Arbeit. Dorton, ich brauche einen Flieger für Crimson am neuen Abzugspunkt. Schon dabei. Pelican auf Position über der Anlage. Sagen Sie nur, wo Sie landen sollen. Ja, ja. Alles sehr schick. Gute Arbeit, Crimson. Gehalten Sie die Daten als Forschungsteam. Mal sehen, ob die Ergebnisse die Mühe wert waren. Natürlich. Ja, natürlich. Schön realitätsnah hier alles. Ja, ja. Das ist ein cooles Thumbnail. Ist das? Ach, Fancy Fire ist ja gar nicht an. Toll. Ja. Wo müssen wir hin und wo kommt unsere Abholung? Ach, wir haben ein Ziel. Da. Wo musieren sie sich? Wo müssen wir denn? Das ist doch keine Tür. Ach doch. Scheiße. Was ist denn eine Fancy-Tür?